Da kann es auch schon gleich wieder weiter gehen. Okay, okay, das glaube ich hier schon mal weg. Das ist schön. Die Frage ist, wie machen wir hier überhaupt weiter und vor allem wo? Es sind so viele Baustellen in dieser einen Burg. Ich glaube hier sollte nämlich jetzt wieder ein Turm hin, wenn ich den Bau, wenn ich meinen Baubleib im Kopf noch richtig habe. So. Moment, hier muss Holz, hoffe ich. Ich komme im Moment nicht so gut ins Kommentieren gerade. Und da fällt mir auch gerade alles runter. So, Moment, wenn ich jetzt hier, dann ist die nächste wieder eine durchgehende Holzschächt. Das ist beim Nachbarturm. So, halten wir uns auch mal an dem. Ja. Ja, das passt dann schon mal. So. 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 schön schauen wir uns das ist also weil will pass das hier eigentlich nach so perfekt dieser frontfassade hier ist der genauen turm dazwischen jetzt steht so ob da ist immer wieder nichts was so dunkel ist ok drum wachsen schon die ersten bäumchen das ist eigentlich ausgegangen ach die erde haben wir zum glück gar nichts also wirklich nichts wo haben wir erde das wäre völlig neu gut schön dass die sonne auch wieder aufgeht jetzt gerade in diesem moment hoppla schön Es ist immer so schön, dass hier auch die Farben noch so schön prächtiger sind. Okay. Gut. Hier oben haben wir jetzt die Ebene so weit schon mal fertig. Deswegen müssen wir hier jetzt auch wieder Fackeln verteilen, damit es auch schön hell ist. Ähm. Dann jetzt hier mal runter. Und noch eins runter, um zu sehen, wie ich das jetzt hier mit der Mauer machen will. Also ich bin mir einig, dass ich hier das Burgtor hinmachen will. Nur auf welche Höhe weiß ich noch nicht. Und wie genau weiß ich auch noch nicht. Das Lied passt überhaupt nicht. Das ist schön. Deswegen lasse ich es uns malen. So. Okay. Es ruckelt irgendwie leicht. Oh nein! Ein Riesenbaum. Äh. Warum spiel. Also ich könnte auch eigentlich das Burgtor jetzt. Ne, das setzt man noch mal zwei, ein solches Segment nach vorne. Muss ich hier den Berg noch ordentlich anpassen. Oder eigentlich glaube ich, setzt es einfach nur ein Segment nach vorne. Und das ist quasi direkt hier schon ist. Und dann haben wir nämlich hier nach, äh, zur Seite hin. Masse ich Platz dafür. So. Gehen wir jetzt hier mal erstmal in den Baum und fällen den Mistkerl. Hier wieder viel zu groß geworden ist. Und dann? Ja. 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 Und dann? meine bäume machen das zu hause im garten die also auf schwerkraft ja gut schwerkraft ist ja sowieso nicht ganz groß geschrieben sei mal ich meine bei wem würden denn diese ganzen konstrukte die ich habe halten welchem universum ja das müsste es gewesen sein wieso wächst er hier überhaupt hier ist doch welche logik wechseln diese riesen bäume überhaupt holz bringen sie auf jeden fall setzen wenn sie auch gut reden wird auch fast sagen wir gehen hier einfach genauer ein segment runter hier ist die mitte so das ist so übertrieben notwendig hier aber in diesem versatz ja er bietet sich halt an erstens was hier etwas weiter unterhalb des anderen turms und wer eigentlich nicht ja doch es ist deutlich weiter unterhalb ähm so gott ich bin ja gleich tot so erst mal wieder was essen da müssen wir dann drei runter gehen dann können wir hier nämlich ein schönes brugtor machen das dann hier drinnen ebenerdig mit dem boden abschließt und vor allem nach außen ebenerdig abschließt und nicht richtig fett hoch ist und relativ niedrig dass man halt da noch ein schönes haus drumherum bauen kann so ein buch so ein tor haus halt meine mause eh recht weit vorne eigentlich ja wohl eigentlich nicht gar nicht so weit ja gut wird sich dann zeigen wie wir das genau machen jetzt das war eine grobe idee bin mir nicht sicher ob ich die so gut umsetzen kann erst mal wieder so ein stabiler holz ring hoppla hier drinnen lassen wir das mal mit dem holz ring sieht nur von außen in der position gut aus ok na wird wieder nur eins niedriger sein so ganz ehrlich das ist mir zu viel aber die ganze zeit noch näher zu wechseln holz holz stein holz 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 stein holz 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 stein holz 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 hol Hier wachsen überall so riesige Bäume, warum? Please.